Er kann ganz viel bewirken. Erstmal die Aufmerksamkeit, die dem Thema Energieeffizienz durch so einen Preis gegeben wird, ist immens. Man vermarktet das, man beschäftigt sich mit guten Beispielen und man nutzt insbesondere viele, viele Fälle oder Vorhaben, um zu zeigen, es geht. Das sind Möglichkeiten, das zu erreichen, schafft damit im Prinzip Best Practices, die natürlich Aufmerksamkeit erregen, einerseits für die Unternehmen selber, aber andere auch zum Nachdenken bringen und zu sagen, Mensch, das könnte ich entweder selbst anreichen oder das könnte ich vielleicht tun und künftig berücksichtigen bei meinen Energieeffizienzmaßnahmen.